moin hallo herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute gibt es hier eine runde shakes and fidget für die free to play spieler unter euch ist wahrscheinlich heute ein sehr erfreulicher tag denn gestern kamen die news raus und da bitte ich euch auch sehr gerne mal in die kommentare zu schreiben ob ihr schon einen unterschied feststellen konnte im vergleich zu den tagen davor was halt eben den pilzfund in den expeditionen angeht denn gestern kam die news raus mit hotfix 05 das folgendes besagt und zwar dass in den ersten 100 abenteuer lust ein garantierter pilzfund stattfindet also sowas wie der daily shroom den man in der ersten quest des tages gefunden hat das ist natürlich das was sich alle wieder zurück gewünscht haben was natürlich auch irgendwo selbstverständlich sein sollte wenn man es schon mit dem alten alu system so eingeführt hat und das halt eben auch bei den expeditionen die fund chance erhöht worden ist auf die pilze ja und was man halt eben als loot in der expedition finden kann wir schauen uns das ganze auch mal an gestern um 11 uhr 50 ist das ganze hier kommuniziert worden und ja ich spiele heute jetzt auch zu dem zeitpunkt das erste mal alu für euch wird wahrscheinlich schon ja jetzt ein tag vergangen sein deswegen schreibt mir mal sehr gerne wie es bei euch aussieht so und dann würde ich mal sagen gehen wir mal rein direkt in die ersten 100 abenteuer lust und dann begutachten wir mal gleich wie so die pilzfunde insgesamt hier overall sind und natürlich müssten wir auch hier den garantierten pilz auch irgendwo gut geschrieben bekommen den wir halt eben jetzt versprochen bekommen haben ich denke mal das wird zum ende der quest wahrscheinlich gut geschrieben werden wir gucken uns das ganze mal an und ob man hier zwischendurch ja auch noch welche finden kann das weiß ich nicht das war natürlich taktisch unklug da ich ein bisschen gegambelt ja dann schauen wir mal was wir so kriegen hier und wir haben hier den pilz ja das ist natürlich der free schrug den wir jetzt auch zu bekommen haben bei der ersten abenteuer lust quest des tages also nicht im expeditions event sorry also ist die expedition versteht mich nicht falsch wenn ich zu den expeditionen immer auch expeditions event sage es hat sich bei mir einfach verankert weil es halt am anfang wirklich ein event war jetzt ist es halt fest implementiert nehmen das bitte nicht übel ja es ist kein event es ist einfach fest in diesem game aber ja es ist es einfach es hat sich bei mir eingebrannt es ist das expeditions event ja und da haben wir auf jeden fall hier unseren daily schrug auf jeden fall schon mal abgegrast ich kann euch tatsächlich jetzt zum aktuellen zeitpunkt nicht wirklich sagen was für free to play spieler besser ist ob man kurze festnehmen sollte um halt eben die von chance zu erhöhen für ja eben diese pilze die gefunden werden können oder ob das egal ist ob man auch lange festnehmen kann das kann ich euch wirklich zu 100 prozent nicht garantieren was jetzt nun ja wirklich jetzt so besser ist keine ahnung ich persönlich würde glaube ich davon ausgehen bei den anderen quests also beim normalen questen war es ja auch so gewinnt gewesen ich meine da hat man so oder so fast immer die kürzeste quest angenommen weil das meistens immer die effektivste quest war aber ich glaube da hat es auch fast keine rolle gespielt bzw gab es mal irgendwie das gerücht wenn man längere quest annimmt dass das die wahrscheinlichkeit erhöht irgendwie einen pilz zu finden oder so vielleicht gibt es auch den einen oder anderen experten da draußen das ganze auch ins tiefste detail analysiert hat ich kann es euch wie gesagt jetzt nicht hundertprozentig versichern aber ich denke mal wenn man jetzt wirklich auf nummer sicher gehen will es ist glaube ich schon ja erhöht es schon so ein bisschen die chance bzw die wahrscheinlichkeit dass man eventuell pilze finden könnte ja es alles wenn und hätte und könnte und aber wie gesagt es alles theorie das kann ich euch nicht belegen dass man halt eben kurze abenteuer lust quest annimmt beziehungsweise halt eben hier kurze expedition ja am ende des tages wie gesagt ich kann es euch nicht garantieren unterm strich wurde jetzt halt gesagt dass halt die fund chance erhöht worden ist wir haben jetzt hier auch den zweiten pilz gefunden das ist erstmal auf jeden fall mehr als bei der expedition die wir vorher festgestellt haben ja beim normalen abenteuer lust questing hat man so das hatte ich ja letztes mal gefragt gehabt da haben mir die free to play spieler gesagt so drei bis fünf pilze hat man pro tag gefunden ja also drei bis fünf pilze hat man pro tag gefunden wir sind jetzt hier gerade mal beim zweiten pilz und sind jetzt aber schon fertig mit der alu und das ist natürlich auch wieder so eine sache das ist sehr glücksabhängig und ich glaube man kann dieses glück ein bisschen ein dämmen indem man wirklich auf kurze expedition geht also die 20er expedition weil ihr habt ja manchmal in diesen zwischenfenstern wo ihr euch auswählen könnt zwischen holz gold steine ressourcen alles mögliche so ne da habt ihr auch manchmal die möglichkeit halt eben ja euch für pilze zu entscheiden so ne und klar hat man natürlich mehr davon wenn man 100 abenteuer lust mit einmal wegknallt hier in der expedition dann bekommt ihr natürlich mehr pilze raus wenn ihr sie dann findet aber wie man jetzt zum beispiel hier gesehen hatte ist das natürlich auch sehr riskant weil kann natürlich auch sein wenn ihr jetzt free to play spieler seid und ihr wollt wirklich auf pilze gehen ja dann ist es natürlich sehr riskant dass halt eben in diesen drei mal 100 alu die ihr halt eben zur verfügung habt hier dass da halt eben nicht pilze vorkommen so und das risiko kann man dann halt ein bisschen eindämmen indem man sagt okay ich gehe jetzt hier auf kleine abenteuer lust quest beziehungsweise expeditions quest weiß noch nicht ganz genau wie ich mich da am besten ausdrücken soll und ja minimiert das risiko ein bisschen hat aber natürlich auch eben muss man damit hat muss man dazu auch sagen weniger chancen hohe pilz hunde zu generieren also wenn man jetzt zum beispiel 100 alu nimmt und vorher war es so gewesen dass man glaube ich vier pilze bekommen hat wenn man die zur auswahl hatte drei oder vier glaube ich und ja wenn man jetzt zum beispiel nur 20 alu nimmt in der expedition dann ja habt ihr vielleicht nur ein oder zwei also das könnte natürlich dann aber ihr habt halt eben die möglichkeit öfter welche zu finden auf jeden fall und gambelt jetzt nicht so als wenn jetzt die drei mal 100 alu direkt hier weg knallt dann könnt ihr noch mal kurz auf einen auf einen anderen account gehen auf einen random account auf der ich noch nie gespielt hatte hier ja oder jetzt hier schon ewigkeiten nicht mehr online gewesen bin das war mein nekromant den ich hier angefangen hatte machen wir mal hier die expedition rein so und schauen wir mal hier ja wir das ding ist nämlich gerade auf meinen haupt accounts hier da ist überall noch gerade stadtwache aktiv deswegen kann ich da jetzt nicht reingehen würde noch zehn minuten dauern was soll ich euch sagen die zehn minuten die habe ich jetzt mal wieder gerade nicht deswegen ja das ist immer ein sehr kurzes zeitfenster auf jeden fall was ich mir hier immer setzte für die videos generell ja generell immer sehr kurz bemessen das ganze haben wir hier schon ja hier haben wir tatsächlich schon mal irgendwann in der vergangenheit das expeditions die expedition ich wollte es gerade schon wieder sagen die expedition gespielt ja also gucken wir noch mal hier hier haben wir leider keine pilze zur verfügung wie sieht es eigentlich aus wenn wir jetzt so ein bisschen auf kisten gehen ich bin jetzt hier relativ stark immer auf xp gegangen und so dass ich die kisten immer liegen lassen habe versuchen wir das ganze mal umzudrehen und gucken mal ob wir in den normalen ja jetzt habe ich natürlich nicht gesehen ob wie viele pilze wir da bekommen haben das wird wahrscheinlich nur einer wieder gewesen sein aber versuchen wir mal einfach ja so ein paar schlüssel mitzunehmen um ein paar kisten zu eröffnen vielleicht wurde dort auch die chance ein bisschen erhöht auf gewisse pilzfunde hier ja klar jetzt schnappen wir natürlich auch so ein stück weit die eier hier das ja die die potenziellen pilze weg hier und ja wie es sein soll kriegen wir jetzt auch doch zum schluss noch mal glück gehabt hier noch mal eine kiste bekommen ja ich weiß nicht mit mir mit wie viel glück für dort die fund chance auf pilze haben hier haben wir jetzt auf jeden fall pilz rausgekriegt ich habe jetzt halt eben nicht sehen können ob wir bei den ersten 75 alu auch schon pilz mit dabei hatten aber wir gehen mal hier weiter auf die schlüssel und hoffen mal dass wir hier noch ein paar kisten abseits bekommen ja es ist natürlich die die pets habe ich hier natürlich nicht gespielt auf dem server so normale kiste einfach nur gold rausgezogen okay das war jetzt relativ und spektakulär so und hier noch mal okay hier ist kein pilz dabei ich muss mir angewöhnen das nicht gleich direkt weg zu skippen aber ich mache das immer so wenn ich auf mein main alu durch kloppe dann ja vielleicht einmal ganz schnell durch und dann gucke ich da gar nicht drauf was ich jetzt nur am ende des tages bekommen habe ja okay hier bisher nur gold aber wie gesagt schreibt mir mal gerne in die kommentare wie es bei euch aussieht wie gesagt ist jetzt hier auch nicht der optimale fall gerade sage ich mal dass ich hier pilze finden kann in den zwischen etagen hier auf ja bei der hälfte wo man halt eben die ressourcen zur auswahl hat weil bei mir wird jetzt ein slot wurde jetzt ein slot jedes mal belegt von scheiß ei weil ich die hier nicht gespielt habe auf dem server ja also das blockiert natürlich auch noch mal aber ich gehe mal von aus wenn ich schon ein bisschen höher im level sein dann Habt ihr dieses problem zum beispiel nicht mehr und dann ist der potenzielle slot frei für eventuelle pilz wunde alles klar leute dann würde ich erst mal soweit sagen lassen wir es für heute ja wie gesagt ich bin sehr auf euer feedback gespannt wie ja was ihr dazu sagt ob das ob sich das gebessert hat oder nicht und wenn ob ihr damit zufrieden seid auf jeden fall und das war jetzt heute auch sage ich mal der erste tag wo man das testen konnte wie gesagt man kann ja auch mal rein scheißen vom glück her deswegen sieht es vielleicht morgen schon wieder anders aus na alles klar leute ich wünsche euch noch einen superschönen tag vielen dank fürs zuschauen bis dahin und verabschiede mich haule rein und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal